So meine lieben Rundenfreunde und Freundinnen, die Tagesrunde für das Kollektiv für heute, für Dienstag ist Hagelers, die Runde des Hagels, die Hagelrunde. Worum geht es bei Hagelers? Hagelers ist die Runde, die dafür sorgt, dass man oder dass alte Sachen, die man sich aufgebaut hat oder erarbeitet hat, einfach zunichte gemacht werden. Der Hagel zerstört die Ernte, Häuser, Straßen, alles, was man halt hart erarbeitet hat. Und Hagelers kommt auch immer mit der Lektion, wie man etwas besser bauen kann. Also man hat auch im Grunde die Möglichkeit, die Sachen, die man sich erarbeitet hat, nochmal zu arbeiten, aber in einer besseren Art und dadurch halt Hagel sicher zu machen. Hagelstürme kommen halt von Zeit zu Zeit. Und heute ist mein Tag scheinbar. Ich habe die Runde gestern in der wöchentlichen Rundziehung bekommen. Ich habe die Runde gestern in der Tagesziehung bekommen und ich habe es heute Morgen auch in der Tagesziehung bekommen. Also wird da wohl was dran sein. Tja, hoffen wir mal, dass der Tag nicht so scheiße wird. Aber mal gucken. Also dann, danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen. 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 Zusehen.